Mein Name ist Zoltan Beutos und ich bin ein DXN Diamant. Anfang 2011 hat meine Frau diese Unternehmensform gefunden. Ich wollte sie dabei zuerst nur unterstützen, aber dann bin ich drauf gekommen, hier arbeiten Leute zusammen, die mir sehr sympathisch sind. So tatkräftige Leute, die Ziele und Träume haben, die sie auch verwirklichen wollen. Dann habe ich mich so entschieden, ich werde mitkommen, ich will das mitmachen. Ich wollte nicht aus diesem Geschäft rausbleiben. Ich habe schon sehr viel gelernt und sehr viel gearbeitet, die mir auch viele Erfolge gebracht haben. Ich habe mich positiv geändert. Network Marketing zwingt man einfach drauf, zur Aufgabe zu wachsen. Wenn du dir einige positive Eigenschaften wünschst, dann bring dich in die Lage, dass du keine andere Wahl hast, als dich zu ändern. Wir leben alle in der Gefängnis unserer Gedanken. Wenn wir etwas als unmöglich halten, das gilt nur für uns. Alle anderen können das ohne weiteres schaffen. Ich kann dir helfen, deine Grenzen durchzubrechen, aber anfangen musst du selbst. Fange an, du riskierst nichts und du wirst erleben, dass ich recht habe. Ich bin dagegen. Jedeser Christian